Hallo, ich wollte nur Bescheid sagen, ich musste noch ein Führungszeugnis, ein erweitertes Führungszeugnis beantragen. Hard gemacht, ja. Also nun liegt es, also am 1. März bin ich eingestellt, aber, nicht wahr, ich kann ja immer noch was mit dem Führungszeugnis nicht in Ordnung sein. Na, ich bin mal gespannt, ja. Ich hoffe natürlich drauf, dass ich das bekomme und dann endlich weiterkomme, ja. Na ja, also ich übe hier noch, ja, und ich setze euch immer in Kenntnis dann, das mache ich, ja, wie das so bei mir weitergeht. Also, bis danni, tschüss, denn ich habe jetzt endlich Feierabend. He he, geil.